So, die Leute, willkommen zur letzten Challenge der Katzentour 2022. Und zwar nochmals Baby Daisy mit dem goldenen Spielzeugauto. Letztmal hat er verloren und diesmal versuchen wir zu gewinnen. Und das Schöne daran ist, dass das jetzt 200 ist, aber die geht richtig mit den Blöckerläuten. Hier fallen die kein Baby-Film. So, uh, okay, das wird schon ziemlich heftig werden, Leute, das bin ich verstecken. Aber wenn Baby Daisy wirklich die beste sein will, dann muss sie auch diese Herausforderung. Meister. Das ist so einfach sein. Ha! Puh! I-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P.P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Oh Mann! Oh Mann! Ich leide, Lommens! Oh! Oh, die kann nicht sein. Oh witzig. Oh nee, guck mal. Oh nein. No? Na? Wir haben nicht verloren. Ja, es ist wirklich eine Hammer, Hammer, Hammer. Hat der Ort verloren. Wenn wir kleinen BBD sind. Aber nur dann. Die CD-O-Technik. Wenn wir Schämpchen. Und die CD-O-Technik. Reise verdammte. Die CD-O-Technik. Wie macht der Pokémon was wohl? In der Styli-Maß? Ja, das kommt zu. Das ist jetzt mal eine Schaue. Nochmal, NOCHMAL! So! Und wieder Linke da! Im schönen Babypark! Baby-Basin! Oh, ich hab noch mal die Klöschkarte gemacht, das ist schon mal gut! Oh, wei! Ich bin auch von mir! Katsiko, Katsiko, mach ich mal! Problem, es gibt uns alle Zerbauen, oder? Ich kann, es gibt alle Zerbauen, oder? Und wir haben es geschafft. Ja, und damit haben wir mit Baby Daisy die letzte Herausforderung gemeistert. Nun ist Baby Daisy die ultimative Champion der Katzentour 2022. Danke, gut zusehen Leute und bis zur nächsten Tour. Wiedersehen macht Freude in Deutschland, bis dann.